Keime. Angst vor dem Coronavirus? Brauchen Sie nicht haben. Haben Sie lieber Angst vor Keimen? Wir werden alle sterben. Spätestens 2050 werden die Keime den Krebs als Todesursache Nummer 1 abgelöst haben. Es geht um Pest und Cholera 2.0. Durchfall. Entzündung. Ich kann Ihnen sagen, das sah aus wie so eine Pizza Margareta. Kommt alles von den Keimen. Grund ist Profit-Gee. Arschloch. Und Sie zu Hause sind schuld, weil Sie zu viel Antibiotika schlugen. Zu Gast die höchst ansteckende Laura Karasek. Also, es geht um Ihr nacktes Überleben. Artikel 5 schauen. Jetzt exklusiv bei Magenta TV. Jetzt gerade des Monats starten. Nachtbesch. Vireltange. Ja. Exklusiv bei Magenta TV. 打ro. Die Frage hat gerne. Nicht wahr. Ich Untertitelung des ZDF, 2020